Ja, für die wenigen 2%, die dieses Stück noch nicht kannten von euch, das heißt Palästina-Lied und ist von Walter von der Pugelweide, der Text. Jetzt können wir schon mal ein Stücker schauen. Oh Fortuna, auch von unserem neuesten CD, da geht's gegen das Schicksal. Mit Mittelalter, wir haben ja viel mit Mittelalter zu tun, wir schauen da auch schon mal aus. Jetzt unter anderem auch um das Schicksalsrad, das dreht sich, einmal nach oben, alles läuft top und zack, geht schon wieder runter, die Welt schaut anders aus, aber zum Glück dreht sich immer weiter. Oh Fortuna! Oh Fortuna! Oh Fortuna! Oh Fortuna! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Musik